Moin und Willkommen zur Rezension von World of Warcraft Traveller Band 2 im Kinder- und Jugendbuch von World of Warcraft. Ja, das der zweite Band ist. Ich werde nichts spoilern, keine Angst. Ich werde nur so ganz grob drauf eingehen. Und die Rezension zum ersten Band werde ich euch oben in der Ecke verlinken und in der Infobox auch nochmal, falls ihr nochmal wissen wollt, worum es überhaupt geht. Aber heute erstmal, wie hat mir der zweite Band gefallen und lohnt es sich weiterzulesen. Im Anbetracht des zweiten Bandes würde ich nochmal bestätigen, dass ich das Buch ab 12 oder vielleicht sogar ab 13, 14, je nachdem wie weit die Jugendlichen denn so sind, empfehlen würde, denn es ist schon ziemlich kämpferisch natürlich. Wir sind immerhin im Warcraft-Universum. Und ich kann dazu sagen, dass der erste Band mehr Survival im Dschungel war und der zweite Band, obwohl wir noch im Dschungel sind am Anfang, ist dann definitiv mehr kampflastig, questlastig, abenteuerlastig und weniger ums pure Überleben. Weil da haben sie sich dann so langsam mal nach ein paar Wochen noch dran gewöhnt, weil sonst wären sie ja nicht mal im Leben, ne? Also quasi geht die Story jetzt so richtig los und wir erfahren mehr und sind so richtig im World of Warcraft-Universum drin. Der zweite Band schließt nahtlos an den ersten an und wir haben auch einige Rückblenden, sag ich mal, beziehungsweise es wird immer mal wieder erwähnt, was in so im ersten Band ja vorgekommen ist. Und zwar einfach, indem Aram, also unser Protagonist, nochmal in Gedanken durchgeht, was so passiert ist in den letzten Wochen. Sehr gut gelöst, dass man sehr gut wieder in den zweiten Band und die Geschichte eintauchen kann. Unsere Abenteuer rund um Aramadorn sind jetzt am Ende von Feralas angelangt, wobei es noch einiges in Feralas spielt. Also ich würde schon sagen, so das erste Drittel oder so ist noch in Feralas. Übrigens, wenn ihr wissen wollt, wie es dort aussieht, es gibt zum einen, das habe ich nämlich im Lesemonat, beziehungsweise im Monthly Reading gar nicht mehr gesehen gehabt oder übersehen gehabt, es gibt eine Karte von Feralas, Tausendnadeln und dem nördlichen Tanaris zusammen mit Gerd Gezahn. Ansonsten könnt ihr einfach die Worte, ich schreibe sie euch einfach hier an die Seite, mal auf Google eingeben, in der Bildersuche und dann findet ihr auch die Karten dazu und diverse Screenshots, weil das ist original aus WoW, dem Videospiel, übernommen und auch die, ne da komme ich jetzt nachher nochmal drauf, aber auf jeden Fall ist es sehr nah am Videospiel, was ich sehr gut finde. Wenn wir Feralas abgeschlossen haben und wir sind ja auf dem Weg zur Goblinstadt Gerd Gezahn in der Tanariswüste, kommen wir durch Tausendnadeln. Wie der Name schon sagt, das ist eine überflutete Schlucht voller Nadeln. Also diese Schlucht hatte halt sehr, sehr viele Steinsäulen, die riesig waren und durch die Überschwemmung haben wir jetzt quasi ein Meer voller Felsnadeln und deswegen der Name Tausendnadeln. Auf diesen Felsnadeln leben auch Tauren und teilweise auch Stachleber, genau. Und die befinden sich schon ewig lange im Krieg und das nimmt auch einen sehr großen Teil dieses Buches ein. Denn wir müssen ja erstmal irgendwie über diese Schlucht kommen, richtig? Ich finde, Greg Wiseman hat im zweiten Band es besonders gut geschafft, das WoW-Feeling in dieses Buch zu holen und einen hineinzuwerfen in diese ganzen Geschehnisse, Bündnisse, Verfeindungen und er hat auch tatsächlich die Originalquests aus dem Spiel genommen oder zumindest sehr, sehr ähnliche, aber ich meine, ich habe das genauso schon mal gespielt und hat diese halt in dieses Buch gepackt, was ich wahnsinnig gut finde. Es hat es so Spaß gemacht, dieses Abenteuer mitzuerleben und ich habe jetzt tatsächlich richtig Lust, Tausend Nadeln durchzuquesten, weil ich wissen will, wie nah am Videospiel dieses Buch jetzt wirklich ist. Es war auf jeden Fall sehr schön und gerade für Neuansteiger, die noch keinen World of Warcraft gespielt haben, ist es ein sehr schöner Vorgeschmack auf die Quests und wie sie so aufgebaut sind. Und genauso ganz, ganz viele Völker wurden hier wieder beschrieben. Von Hochelfen über Tauren über Harpien, Stachel, Eber, Lich, Goblins, es ist so ziemlich alles dabei. Also es gibt mehr als genug High-Fantasy-Wesen zu entdecken. Und tatsächlich hat er auch den typischen World of Warcraft-Humor mit einbezogen, was einfach grandios war. Also da hat bestimmt auch die Übersetzung einiges dran gefeilt. Wer hat das Ganze denn übersetzt? Andreas, oh Gott, Kasprack, nein, Kasprack, oh Gott, oh Gott, Entschuldigung, kann ich nicht aussprechen? Und die Illustrationen, die sind auch ganz wichtig, sind von Aquatic Moon. Denn in diesem Buch gibt es zahlreiche Illustrationen, da der kleine Aramadon leidenschaftlicher Zeichner ist und die Freunde, die er so findet und auch die Abenteuer, hält er in seinem Zeichenbuch fest. Superschön! Jedenfalls, während wir der Hauptquest nach Gatkezan zu kommen folgen, haben wir zahlreiche Nebenquests, die wie gesagt sehr nah am Original sind, wenn nicht sogar das Original. Und ich kann nur sagen, es ist wirklich von Yetis über verrückte Stacheleber bis hin zu Schnellbootrennen alles dabei. Also langweilig jetzt definitiv nicht. Und es ist halt auch sehr authentisch, weil es gibt ja wirklich immer so eine Hauptquest durch dieses Gebiet, aber halt darunter dutzende Nebenquests und man geht mal da hin und nimmt das Eck und da gibt es die Quest und da gibt es das noch zu und dann geht man da rüber und es ist sehr nah an so einem MMORPG. Was ich sehr schön fand, ist, dass der kleine Aram wirklich über sich hinauswächst und langsam erwachsen wird und sich gegen jedes Vorurteil von anderen Völkern einfach mal hinweg setzt, sich ein eigenes Bild macht, versucht für Frieden zu kämpfen und dabei zahlreiche Freundschaften knüpft und Streit schlichtet und es ist einfach so schön zu lesen. Also ich weiß nicht, wie oft ich in diesem Buch so ein bisschen geweint habe, es war auf jeden Fall öfters mal, weil es so viele schöne Szenen einfach gab, so viele berührende, schöne Szenen. Wundervoll. Frieden zu schaffen in einer Welt voller Kriege ist definitiv eine besondere Gabe. Außerdem lernen wir sowohl den untoten Baron Walgrim als auch Makasa Flintwill besser kennen. Gerade bei Makasa habe ich da richtig drauf gewartet, weil es wurde so leicht angedeutet im ersten Band, aber man hat noch nicht so viel von ihr erfahren. Und hier lernt man wirklich ihre ganze Geschichte, ihre Lebensgeschichte kennen. Von wo ist sie geboren, wer sind die Eltern, was ist mit ihren Brüdern passiert, über warum ist sie, wie sie ist. Und wir lernen vom Baron Walgrim in einer sehr melancholischen Nacht alles über sein Leben, weil er ist ja jetzt untot, also tot und wieder aufgestanden, kennen und über seine Beweggründe. Wobei ich nicht ganz verstanden habe, warum er geworden ist, wie er ist, weil das, was er zu seinen Lebzeiten war, dachte ich, müsste eigentlich mehr auf sein untotes Dasein sich auswirken, aber irgendwie nicht. Also ich würde sehr gerne noch mehr über ihn erfahren, auf jeden Fall fand ich es sehr cool, was er dann noch gemacht hat in diesem Buch. So schlecht scheint er gar nicht zu sein und ich bin tatsächlich kein Freund der Untoten, aber ich muss zugeben, ich mag diesen Baron verdammt nochmal. Er hat so einen tollen Humor, er hat gleichzeitig so eine Melancholie, die einen mitreißt und er ist halt einfach witzig, ich weiß nicht, ich mag ihn irgendwie total. Über Zadra, die Trollfrau, lernen wir auch ein bisschen mehr kennen, die spielt auch eine größere Rolle hier, aber nicht ganz so viel, wobei man natürlich über die Hintergründe der Trolle mehr erfährt. Das fand ich natürlich auch sehr cool, dass das sogar auch noch hier Platz gefunden hat. Also man hat wirklich einen Rundumschlag von allem quasi. Man braucht übrigens keine Vorkenntnisse von WoW, weil diese Charaktere komplett erfunden sind. Ich habe tatsächlich auch das Heimatdorf von Aram nochmal besucht und geguckt, ob da vielleicht doch seine Familie tatsächlich im Spiel vorhanden ist, aber nee, leider nicht. Die einzige Person, von der ich definitiv weiß, dass es sie im Spiel gibt, ist der Goblin Gazelow. Der ist weltberühmt, sage ich mal, auf Azeroth und allen anderen Ebenen dieser Galaxie, sage ich mal, weil er einfach ein unglaublich guter Goblin-Mechaniker ist, der öfters mal gebraucht wird. Und ansonsten sind die Charaktere, glaube ich, alle erfunden. Ich würde vielleicht noch ein paar Nachforschungen anstellen wollen zu Makasas Familie. Da könnte ich mir vorstellen, dass es sie wirklich gab, aber man braucht auf jeden Fall keine Vorkenntnisse. Es wird alles erklärt und beschrieben, was natürlich sehr gut ist für ein Kinderjugendbuch, denn die meisten haben wahrscheinlich noch keinen WoW gespielt. Zum Schreibstil möchte ich noch anmerken, ist es einfach unglaublich genial. Wie bei den ganzen Perspektiven wechseln, weil wir haben nicht nur Arams Sicht, wir haben auch mal, ich denke, Makasa, Drella, die Piraten haben wir, den Walgrim haben wir, die Trollen haben wir, den Oger haben wir. Ich glaube, wir haben sogar die Goblins. Und ansonsten halt auch immer bei der wörtlichen Rede wechselt nicht nur die Sicht, sondern wir haben einfach bei jedem verschiedenen Volk den passenden Dialekt. Und das war absolut genial. Also der Oger denkt und spricht wie ein Oger, genauso abgehackt mit diesem Dialekt. Die Trolle haben den Troll-Dialekt, der Goblin hat den Goblin-Dialekt und die Goblin-Sprüche. Und das ist einfach so genial beim Lesen. Ich finde es einfach nur grandios, dass er daran gedacht hat, dass die alle unterschiedlich sprechen. Hammer. Einfach nur Hammer. Und ich glaube, das ist so das absolute Highlight aus dem ganzen Buch für mich. Ja, deswegen wollte ich das nochmal erwähnt haben, weil das ist einfach grandios. Insgesamt auf jeden Fall ein wundervolles Buch über Freundschaft, Gegenvorurteile mit sehr vielen Fantasy-Wesen aus der World of Warcraft. Und den nach extrem zu empfehlen. Und falls ihr jetzt Interesse daran habt, dieses Buch zu lesen oder schon gelesen habt, bitte schreibt mir das in die Kommentare. Ich würde mich freuen, von euch zu lesen und ein bisschen über dieses Buch zu schwärmen vielleicht. Ja, ansonsten, wenn ihr ähnliche Bücher kennt oder vielleicht vorhabt, WoW-Bücher mal zu lesen, dürft ihr mir das natürlich auch gerne schreiben oder Fragen stellen. Auf die Frage, wo man am besten anfängt bei den WoW-Büchern, ganz klar, entweder bei World of Warcraft Traveller oder bei der Krieg der Ahnen-Trilogie. Also, die ist so 10.000 Jahre vor dem Original-Videospiel. Also, wo sollte man sonst anfangen? Darauf passiert ja alles. Und ja, das war's von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und weitergeholfen. Und viel Spaß beim Lesen. Und bis bald. Tschüss!